Wow! Ich muss die Diamanten abbekommen. Ja, mit dem ganzen Krippel geht es wahrscheinlich erstmal nicht. Ansonsten ist hier glaube ich gerade nichts. Scheißplatte. Ach herrje. Ich denke, ich muss den korrekten Betrag in die Erfahrung bringen, um die Kiste zu öffnen. Haben wir doch hier. Gib mit Hilfe der Tasten den Betrag auf die Kette. So, 12,50. Ach du Lebergard. Oh Gott. Äh. Nee. Äh. Äh. Ach so, das ist Minus. Nee. Äh. Äh. So. 12. Und wo ist jetzt hier? Und wo ist jetzt hier? Wie kommen wir denn hier? Ach so. Ach so. what? Ah. Eine Bohrklammer. Jawoll, ja. Eine Halterung für den Ring. Super. Tür ist geschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Mit der Bohrklammer? Passt da überhaupt was? Nö. Ich glaube, da müssen wir doch erstmal raus wieder, ne? Passt nicht. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. So, guck mal. So. 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 lustig. So. 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 Ok Blaue Draht Blaue Draht Babyblaue Draht Nein Und nun? Jetzt müssen wir das noch irgendwie verbinden, oder? Setze die Drähte in die richtigen Buchsen Ah, hier steht ja Rot, 3 und 4 Achso, das ist D Äh 3, 4 Blau ist A 2, 3 Oh Ne Achso, der ist richtig, ne? 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 1 Und der hier muss 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 5 6 6 7 9 10 10 10 11 11 11 12 15 11 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 Gib den richtigen Code ein. Äh... Ne. Scheiße. Ah. Ach Gott. Fünf. Achso. A-3. A-3. Äh... Boah. A-3. A-3. Ein A-5 ist. A-3 sind zwei. A-2. A-3. A-2. A-3. 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 A-2. A-3. A-3. Ne, es gibt ja noch 1, 2, 3, 4, 6, enden Ja Oh Gott, warte, warte Ah, nee, das könnte ja wohl nicht sein A5 ist... 2 mal 4, na 2 mal 3 höchstens, ne? Nett Das könnte natürlich sein 3 Oh Dann ist das hier vielleicht 6 Minus 5 3, 3, 4 3, 4, 5 Eurar 3, 4, 5 4,ierung 4, 6, 0 5, 9ne Was war der denn jetzt? Oh, warte mal. Jetzt ist er gut. Das war jetzt 5, 2, 3, 6, 4, 2, 5. Ah, ganz falsch haben wir nicht gelegen. Hier haben wir noch einen Fehler gemacht. Okay. Oh. Guck mal, da ist er safe. Und hier unten, so wie das aussieht, ist auch die Kombination. Drei. Oh, ich hab' schon richtig. Vier. Da auch wieder. Hier noch. Dann Werkzeugraufschlüsse, okay. Müssen wir mal gucken, haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir schon, da haben wir schon. Bevor wir hier irgendwas vergessen. Na, steht nicht so. Werkzeugraufschlüsse wurde. Wir müssen raus. Okay, dann müssen wir da. Na, hol ja. Oh, was bist'n du für einer? Einer der Roboter hat frettig. Da sind schon immer noch weg. Ah, guck mal. Was können wir da hinpacken. Da haben wir ein Schäge. Eine Pinzette wäre dann gut. Okay, Pinzette haben wir nicht... Jetzt noch nicht. Das Kleber. SVC. So, da brauchen wir den Code. Den haben wir noch nicht. Ein Scharnier ist total mit Eva. Ich muss es abschneiden. Haben wir auch noch nicht. Sag es mal da. Und der Kleber. Schöne Bilder. Zweite. So. Ab da. So. Super. SVC. Ja. Ach, der Kleine schnarcht hier. Ich glaube, wir müssen aber noch mal hier haben. Haben wir hier denn das? Vergessen. Er schreckt mich doch nicht so. Der Bass steht doch nicht so. Der Bass steht doch nicht so. Na gut. Schöne. Da. So, ich habe noch mal hier. So. So. Vielen Dank.